Hallihallo und tschüdelü zusammen und willkommen zu endlich einer weiteren Folge in A Black Tale Requiem. Ich habe einen neuen PC und deswegen hat es leider ein bisschen gedauert, bis ich das Spiel weiterspielen konnte, weil irgendwas war mit den Spielständen nicht in Ordnung. Ich weiß auch nicht warum, bei allen war es in der Cloud und hier hat er sich einen Dollen irgendwie gemacht. Aber jetzt klappt es. Ich weiß auch nicht, wie ich es wieder hingekriegt habe. Ich habe einfach alles mögliche ausprobiert und irgendwas hat dann geklappt. Jetzt kann ich wieder darauf zugreifen. Ich weiß es wirklich nicht, aber ihr kennt das bestimmt. Neuer PC ist oft wie so ein Umzug und irgendwas geht immer schief und irgendwas muss man später immer noch dran denken und sowas. Wie gesagt, aber Hauptsache jetzt sind wir wieder da. Amicia und Hugo sind auf der Suche nach der Insel und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Ich bin jetzt auch ein bisschen aus der Übung, weil jetzt habe ich das Spiel jetzt auch schon gut zwei Wochen nicht gespielt. Ich hoffe, ich hoffe, ich komme hier irgendwie raus mit dem Kleinen. Ah, das kennt man ja nicht. Oh! Oh! Stürb nicht! Mir ist schwindelig. Oh, shit! Oh, shit! Nicht einschlafen! Bitte! Wach auf! Bitte! Was? Nein! Nein! Sie kommen! Oh nein! Rappen! Bewegt dich! Amicia! Wach auf! Ah! Sie sind hier! Amicia! Du musst aufmachen! Oh, shit! Jetzt muss ich wahrscheinlich Hugo spielen, oder? Was soll der ganze Krach? Mir nach! Oh, oh, Leute! What the shit! Du kannst die Horde mit WASD bewegen und mit der Richtung... Ach du Scheiße, jetzt kommt's! Okay, was mach ich hier jetzt? Ah! Es ist schon ein bisschen eklig, aber... Was? War das echt? Oh, du bist zurück! Geht's dir gut? Was ist passiert? Höre ich da? Ratten? Keine Sorge! Sie helfen uns! Was? Hey! Ratten! Hast du gesehen? Ratten! Ja! Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf! Vorsicht! Soldaten! Ich... Kann nicht... Ruhe dich aus! Ich mach das! Noch mehr Ratten! Wie? Ich zeig's dir! Who kann jetzt eine... Rattenraude kontrollieren? Halte Q gedrückt, um eine Verbindung zu den Ratten herzustellen! So! Ah ne, falsch! Warte! Was ist los? Aus dem Weg! Antworte mir! Bist du das? Sie... Tun die zu! Oh! Ich glaub, er redet weiter! Was war das? Hast du wirklich... Ja! Kannst du aufstehen? Ich muss... Krasse Kraft! Ruhig! Los! Gehen wir... Also der Rattenkönig jetzt! Hast du sie wirklich... Beherrscht? Ja! Ich... Darf sie... Benutzen! Ich darf sie benutzen! Na gut! Gehen wir erst mal weiter! Ja, und jetzt? Jetzt müssen die aber hier weg! Die Ratten! Kann ich die jetzt wieder irgendwie kontrollieren? Naja, aber da sammeln sich ja direkt wieder neue! Das ist ja Quatsch! So, ins Rot ist das Licht, da darf ich nicht hinein! Gucken wir mal, was hier oben noch so ist! Ah, nix! Okay, ich muss irgendwie gucken, dass die Ratten da weggehen, aber wie? Wir brauchen Fuego! Achso, da vorne ist ja was! Ha! Nicht gesehen! Okay! Ehh... Ja, toll! Irgendwie muss es doch gehen! Nein! Vielleicht mit Thea noch? Yeah! Ist doch nicht so blöd, wie ich aussehe, wa? Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören! Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher! Dieses Mal war ich in ihren Köpfen! Sei vorsichtig! Sie dürfen dich nicht beherrschen! Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen! Du musst sehr vorsichtig sein! Bin ich! Die Makula! Boah! Gehen wir einmal über die Leichen! Ich meine, die merken eh nix mehr, ne? Und jetzt hier rein, oder was? Mir ist kalt! Muss mich schneller bewegen! Ja! Das hält dich warm! Guck jetzt erstmal, ob hier was geht! Nein! Nö! Nö! Mit viel Kram! Tja! Kann ich nix machen! Wir finden einen anderen Weg! Halt, 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 halt! Geh mal wieder rein! Nein! Geh wieder rein! Scheiße! Ich wollt noch nach oben! Mist! Meine Güte! Kann ich da wieder rein? Scheiße! Dieser Ort ist so groß! Wie sollen wir... Wir schaffen das! Stirb bitte nicht! Noch nicht! Sie haben diese Leute aufgefressen! Lass die Toten! Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen, dann geht's uns schlimmer als denen! Soldaten! Ratten! Vorsicht! Ich pass auf dich auf! Ach, das ist aber süß! Er passt auf mich auf! Purit! Arz und Schwefel! Feldlager, oder was? Okay, ich muss aufpassen! Da hinten sind Typen! Amicia! Die Ratten rufen! Sie mögen es, wenn ich sie benutze! Genau deswegen! Musst du aufpassen! Sie mögen es, aha! Der Typ da hinten soll sich mal wieder umdrehen! Dann spring ich nämlich hier rüber und verstecke mich dahinter! Ich hoffe, das klappt! Aber ich will jetzt nicht, wenn er hier hinguckt! Oder in die Richtung zumindest guckt hier rüber! Also! Abdampfen! Los! Tschüss! Nein! Nicht weiter hier hinten! Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Prostisch! Echt? Jetzt bleibt der da, oder was? Ah! So! Jetzt müssen wir mal gucken! So, hier sind Ratten! Ich weiß nicht, ist das da nur eine Attrappe? Oder ist das echt... Nee, der bewegt sich! Okay! Okay, wir können es ja mal versuchen! Ich will ja, aber... Irgendwie! Ja! Ich will ja, aber... Irgendwie! nicht. Wir müssen uns aufhören! Wir müssen uns aufhören! Oh nein! Der hat Feuer! Oh nein! Schitte! Geschafft! Ich hab's Ihnen gezeigt! Ja! Aber sei vorsichtig! Ah, Schitte! Ah! Ah! Nicht die gleichen Fehler wie ich war! Das ist alles! Ah! Ah! Den hätt ich jetzt auch einfach mit nem Stein, aber na gut! Sie sind da runter! Bin unterwegs! Na ja, das geht wieder schief! Das wissen wir alle! Ah! Ich kann die... Ah! 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 Ich hätte die Ratten nicht so lange da lassen sollen! Na gut! Machen wir das einfach nochmal! Also ich weiß schon in etwa, was ich zu tun habe! Aber ob das auch so klappt? So... Vielleicht kannst du sie rauslocken! Ich krieg's aber nicht! Ich muss aus der Deckung raus, um die Bratten zu kriegen! Das passt mir gar nicht! Ja! Na los! Mach doch! Mach doch! Mach doch! Mach doch nicht dran! Und... 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 Jetzt gehen da! Jetzt hast du Angst! Was? Ganz ruhig! Kommst du durch! Ich hab's ihnen gezeigt! Ich hab's ihnen gezeigt! Ich muss gucken, dass der seine Flamme aus hat! Ich muss gucken, dass der seine Flamme aus hat! Ja! War das das? Ich weiß das nicht! Mach! Du... Hältst uns nicht auf! Beherrsch dich! Du musst die Kontrolle über sie behalten! Okay, okay! Aber ich komm nicht ran! Jetzt muss ich wieder näher ran! Scheiße! Vorsicht! Es geht runter! Alles klar! Komm! Hoch mit dir! Was? Wo steck ich die jetzt wieder? Nee, auch nicht! Hier hinten ist ein Typ! Hier hinten ist noch ne Type! Komm schon! Ich komm nicht dran! Ich bin zu weit weg! Okay, shit! Wo da aber jetzt? Ich brauche eure Hilfe! Nein! Scheiße! Nicht hierher! Nicht hierher! Ey! Ich will doch nur... Ah! Jetzt bin ich auch noch dauernd hier... Äh... Mich am Verklicken! Super! So! So viel Darts! Kletter hoch! Glaub ich mach mich ein bisschen besser mittlerweile! Okay, jetzt komm mal weiter! Wieso kriege ich denn die Ratten nicht? Es sind... Es sind zu viele Ratten, Amicia! Ja! Aha! Weil es zu viele sind, kriege ich die nicht! Das ist ja scheiße! Gibt es denn irgendwo noch weniger Ratten? Also die hier kann ich nicht nehmen, weil es zu viele sind! Na gut! Gucken wir mal, ob wir noch andere Ratten irgendwie finden! Aufpasse! Der, der hat nen Helm! Das ist scheiße! Das heißt, ich muss schon gucken, dass ich irgendwo... noch ein paar Ratten herkrieche! Räh dich ab! Sehr gut! Die Arbeiter sind alle tot! Das warst nicht du! Ich weiß aber, es hört nie auf! Okay, da kann ich ihn ja... Obwohl ich kann ja mal gucken, was ich ihn dann machen kann! Ich muss da in dieses Gestrüpp irgendwie rein! Bevor der jetzt hier wieder lang kommt! Wenn das gerade ziemlich Licht aussieht, aber das ist glaube ich ein Grafikfehler! So! Okay, dann da in die Hütte am besten! Das Problem ist, dass die da jetzt wieder diese verdammten Helme haben! Die Ratten hier nicht hochkommen! Okay, der hat nicht mal ne Fackel, der ist also richtig safe! Tut es sehr weh! Bleib lockerer, Mädel! Sssst! Es wird aufhören! Ich heile dich! Krieg ich den denn jetzt platt, ey? Fingst es ein Messer hätte! Warte! Zurück! Da sind eine Menge drin! Sie könnten nützlich sein! Sie geht nicht auf! Gibt es einen anderen Eingang? Ja! Gibt es? Ah! Hä? Wie könnte ich das denn jetzt? Geil! Ja, ja, hör auf! Ist okay! Okay! Okay, wir haben's! Wir haben's! I got it! I got it! Na, hoch! Wo kommen die denn da nicht hoch? So ein feges Pack! Was war das? Hau! Ah! 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 Mann am Boden! So, und dem da muss ich jetzt die Lichter ausblasen! Der Flieger! Auch gleich! Ah! Was jetzt, Namisia? Wo sind die Ratten? Wo sind denn meine Ratten? Ah, da hinten? Ah! Ah! Wir haben Opfer! Sucht alle! Es sind zu viele! Es sind zu viele! Ich hab sie! Kommt hierher! Sie haben uns! Scheiße! Es kam... Ich kam so gut klar, ne? Ah! Nicht entkommen! Verdammt! Ah! Ah! Na, ab da! Ah! Sie kommen! Warte, warte, warte! So! Ich hab' dir gleich! Los, 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 los! Hoah! Wir haben es... ...möglich geschafft! Oha! Ach du Scheiße! Die! Oha! Mach' die Spielzeug introduced! Hau' ab, Mann! Ach du Scheiße! Ach, die Scheiße! Wo ist hier, so oder was gegen Eingriffe? Wo ist die Schwachstellung? Er hat gar keiner! Ich muss Zeit gewinnen. Ah, betäube ihn. Betäube ihn. Das Problem ist, dass ich den seine Schwachstelle nicht sehe. Stopp! Auf mich. Wollt's? Geil. Okay. Nein, hast du nicht. Dreh dich um! Vibe! Oh Gott, das kann was geben jetzt hier. Was die immer so lange braucht. Ha! Ich weiß, was ich tue. Glaube ich. Oh nein! Shit! Ich bin zu früh abgewogen. Mist! Shit! Da kackt. Ich hätte einen Stein nehmen sollen, um das Ding aufzumachen. Digga! Schill mal! Okay, das war ein Ruf. Nein. Niemand. Mir egal. Ich beende es. Gott. Das Kind knöpfe ich mir auch vor. Wir haben hier schon genug Unkraut. Ach nee. Aber da hätte der reingemusst. Genau. Ich muss den da reinlenken, dass der da drin irgendwie festsitzt. Anscheinend. Hier, sag ich einfach. Wir wollen Widerstand bezahlen. Schürt den im Ernst? Deine Spielzeugwaffe soll mir etwas ausmachen? Ja. Ja, das war wirklich jetzt ein bisschen wirklich schnell. Amesia, dein Rücken. Ah, der Rücken. Ich sehe es. Da muss der Bolzen also rein. Okay. Habe ich jetzt den Bolzen? Nee, ne? Den bin ich immer noch nicht. Wir wussten, was euch erwartet. Ich muss Zeit gewinnen. Betäube ihn. Betäube ihn ist gut. Ich muss den von hinten erwischen. Aber wie? Ah, ich muss erst mal hier dieses Ding hier kaputt machen. Kleine Scheißer. Das wäre jetzt blöd. Weil der so schnell ist, trotz Rüstung. Das ist so kacke. So, ich muss den irgendwie von hinten erwischen. Aber wie? Das noch im Bolzen. Ich müsste jetzt viel schneller sein. Aber der dreht sich so schnell. Das ist so kacke, ne? Unfassbar. Ich sag mal nicht hin, dass der sich dreht. Ich hab diesen, diesen Sack hier zu früh in die Luft fliegen lassen. Ei. Ist nicht zu fassen. Der dreht sich mit mir. Ich kick den nicht von hinten erwischt. Können wir vielleicht mal blenden oder so? Echt? Das juckt den gar nicht, ne? Was haben wir denn noch hier? Ah! Da habe ich den geblendet. Oh, verdammte Hetzel. Ich zerbreche dir den Schädel. Nicht hier. Sieh dich an! Ey! Es klappt doch! Es klappt sich, Amicia! Ich sanne mich, sanne mich! Ich komme nicht durch! Oh, ich weiß warum. Was ist denn aus dem Teer? Oh! Da ist noch jemand. Scheiße! Aber das ist doch unfair! Das klinge ich doch im Läbernischen! Ich bin doch immer so scheiße. Du hängst jetzt erstmal auf mich da fest. Ach toll, ich hänge auch feste. Klasse. Clever. Ich töte euch alle, wenn ich muss! Schätzchen, du musst. Es war jetzt nur blöd, dass ich den Bolzen gerade verballert habe. Jetzt nicht zusammenbrechen! Nein, atme! Ich habe hier nichts. Hier ist noch der nächste Bolzen. Sehr gut. Ihr wollt euch verstecken! Ich finde euch! Ich weiß. Ihr Schafsköpfe! Hier! Uah! Abschau! Da seid ihr ja! Ah! So, ich brauche jetzt noch einen Bolzen. Ich hoffe, ich finde noch einen. Bolzen! Wohin! Wow, 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 wow! Chill mal deinen Nuggets! Scheiße, ich habe keinen Bolzen mehr. Ja! Ich muss kurz ein bisschen Zeit schinden, damit ich Bolzen suchen kann. Weil die sind auch keine. Nee. Ich bin aber froh, wenn der mal mich kurz in Ruhe lässt, dass ich mich mal hier umgucken kann. Ich brauche Bolzen! Gibt es echt gar keine mehr? Oh, was geht denn bei dem jetzt? Was machst du denn? Ja, von mir aus werfe ich auch, aber eigentlich wollte ich meine Weitsche, äh, Schleudern. So, kein Bolzen mehr hier irgendwo, kann doch nicht sein. Doch, da! Da ist wieder einer. Spawn nach, okay. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier drin. Scheiße. So, einmal noch und dann kriege ich ihn nochmal von innen, hoffentlich. So, jetzt bin ich wieder drin. Jetzt bin ich wieder drin. Ja. Scheiße. Das ist klar. Ja! Uh! Amicia! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Nervenkitzel! Ist auch mehr tot als lebendig mittlerweile. Schnell! Geht weg, lass rein! Beherrsch dich, Vigo! Das ist dein Ende! Aufhören! Sonst töte ich euch alle! Ich hab sie mal getan! Tötet sie! Wach auf ihre Ehre! Piraten! Tötet diese Monster! Ihr seid alle gleich! Ihr Monster! Ruh! Konzentrier dich, sonst verlierst du die Kontrolle! Ich hasse euch in eurer Armee! Habt ihr euch! Ihr werdet euch auffressen! Was sind das? Ich fresse dich! Er ist verrückt! Wir müssen ihn aushalten! Was ist der Nächste? Ja! Da bin auf, Vigo! Das geht zu weit! Nein! Nein! Hau! Vigo! Du verlierst die Kontrolle! Vigo! 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 Was ist los? Was ist los? Oje! Ich kann ja nicht rennen! Ich bin ja so verletzt, dass ich gar nicht rennen kann! Was? 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 Was soll der ganze Lärm? Was? Ah! Okay! War nicht die beste Entscheidung? Hab ich jetzt aber auch nicht mitgerechnet! Die sagt, ich soll rennen! Ich kann gar nicht rennen! Selbst wenn ich da drauf drücke, renne ich nicht! Ich bin ja schwach gerade! Ugo! Was ist los? Was ist los? Ich bin ja schwach gerade! Oh nein! Ugo! Nein! Ich drück ja! Oh Gott! Oh Gott! Nur nicht stehen bleiben! 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 Bitte bitte bitte! Was soll der ganze Lärm? Was ist passiert? Wie soll das gehen? Dann kommen jetzt die nächsten, oder? Ich hab's wieder getan! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Ich schaffe das! Boah ey! Dann kommt die ja echt ins Schwitzen ey! Ich schaffe sie nicht! Mach dich bereit! Amicia komm! Ich kann nicht! Bitte! Ich kann nicht! Amicia schnell! Ich kann nicht! Amicia! Bitte komm! Bitte! Amicia! Oh oh! Errungenschaft! Alles zurückgelassen! Okay! Dann haben wir das Kapitel jetzt durch! Oh man! Das war jetzt aber auch echt Nervenkitzel pur! Würde ich sagen! Du bist wach! Er hat dich gerettet! Er sagt! Er bringt uns zur Insel! Er weiß wo sie ist! Und sie heißt Lacuna! Warte! Er besorgt uns ein Boot! Was? Nein! Was? Amicia! Nein? Wir wollen doch zur Insel! Das ist doch der... Das ist doch der... der mich letztens da... Wo ich dauernd gegen den Baum gelaufen bin! Der mich da verfolgt hat! Oder nicht? Wir sind da! Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe es ist groß! Es ist nicht weit! Ich lasse die Pferde frei! Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß! Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte... Die Stimme kommt mir so bekannt vor! Die Stimme kommt mir so bekannt vor! Lass Luft dran! Das wird noch eine Weile weh tun! Atme und bleib ruhig! Lass mich doch bloß in Ruhe! Hör doch auf so tapfer zu tun! Du könntest noch was lernen! Gut! Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen! Ich bin auch gespannt! Der Graf führt Krieg gegen uns! Den Abschaum der Provence! Die meisten meiner Männer meiner Freunde wurden getötet oder sie flohen Irgendwann werden sie auch mich erwischen Du bist also auf der Flucht? Ja! Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes! Ratten! Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere! Ich weiß, wo eure Insel liegt! Ihr müsst mich nur am Leben behalten bis wir sie erreichen! Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen! Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte! Klar, haben wir nämlich von ihm bekommen! Aber in dieser Welt werden Freunde zu Feinden und andersrum also... nicht! Ich rieche Pferde und... Stink ich so? Nein! Es riecht nach Seetank! Na komm! Warte! Wir müssen reden! Nicht jetzt! Das Meer ist gleich dort! Hugo! Es ist wichtig! Gut! Ich würde dann sagen, an der Stelle machen wir erstmal für heute einen Cut! Und ich bin mal gespannt, wo uns jetzt die Reise mit dem Typen da noch hinführen wird! Ob wir die Insel noch finden, können wir ihm trauen oder nicht? Das seht ihr alles in den nächsten Folgen! Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei! Und wenn es euch heute gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben! Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert! Und mal bei mir in die Livestreams am Sonntag reinschaut! Da bin ich mit Ashburn in Ark! Und heute Abend bin ich in Hogwarts Legacy auch live! 20.30 Uhr geht's da los! Schaut doch einfach mal vorbei! In dem Sinne wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag! Und bis denn! Eure Natzen! Bye!